Ja, hallo Leute, hier ist Jochen von S21-BauTV und die Projektgegner haben es uns ja immer gesagt, wir haben einen Vogel, einen, wir haben hier ganz viele Vögel am Bahnhof. Ja, ich habe heute meinen letzten Urlaubstag genutzt, um mal wieder über die Bahnhofsbaustelle zu schlendern und wollte jetzt noch, habe ja schon das ein oder andere Video eingestellt, Handy-Video, und wollte jetzt euch noch schnell den Blick vom ITS gönnen, viel zu sagen gibt es glaube ich jetzt ja nicht so wirklich. Wir schauen in den Süden, wo der neue Personensteg in Vorbereitung ist. Und dann eben hier die K-Stütze, ich finde das ist ein ziemlich cooles Bild jetzt gerade so. Da drüben wird tatsächlich die Schalung schick gemacht, die für die nächste Betonage, damit die K-Stütze auch wirklich schön makellos vom Bild von der Oberfläche gut rauskommt. Und dann bewegen wir uns weiter, da drüben an der K-Stütze wird noch gearbeitet, wenig überraschend. So, die Sony, die macht hier noch ein bisschen Zeitraffer-Video. Und ansonsten, wie gesagt, hier wird noch gearbeitet fleißig. Ja, Ende der Woche, Anfang der Woche wurde ja hier der Restkelch gegossen und somit schließt sich eine Lücke nach der anderen. Ja, und schaut mal, ist der Himmel nicht toll? So, ich würde sagen, danke fürs Zuschauen und freut euch schon auf das lange Video, auf die langen Videos, eins aus Untertürkheim und eins hier vom Bahnhof, beide von heute. Und ich sage bis zum nächsten Mal und Tschüss!